Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder mit dabei seid in der nächsten Folge Dishonored Death of the Outsider, immer noch hier im Lieblichen. Was ist es? Schindelwee Steinbruch Nord, glaube ich. Ja, zuletzt haben wir gesehen, was für eine Strafe auf Rattenfüttern steht und scheint nämlich Arm abgeschlagen werden. Verpiss dich. Ja, gut. Das war so nicht vorgesehen, das laden wir doch gleich nochmal. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir gesehen, dass dem einen Kollegen da direkt der Arm abgeschossen wurde, weil er ein paar Ratten gefüttert hat und ja, jetzt versuchen wir dort natürlich weiterzukommen. Da dieser Penner relativ aufmerksam ist, verpiss ich mich mal wieder nach hier unten. Ja, was auch immer er genau meint. Erstmal wieder die Sicht hier, um die Leute zu markieren. Was ist mit denen? Was ist hier los? Naja, wie, was, was ist mit denen? Das sind doch normale Leute. Gut, wir erkunden erstmal hier ein bisschen, in der Hoffnung, dass es hier eigentlich nicht weitergeht. Ich erkunde halt immer erst die Wege, die wir nicht wirklich direkt gehen müssen, in der Hoffnung da halt noch ein paar Knochenartefakte und Goodies zu finden und gehe erst als letztes den direkten Weg. Vielleicht muss ich den aber auch gleich ausschalten, wer weiß. Können wir hier denn noch irgendwo weiter? Ich könnte zwar da oben drauf, aber das scheint nichts zu bringen. Gut, ne, der Kollege bleibt da. Einmal noch dort. Haben wir hier was drin? Scheint nichts zu sein. Hier. Ich nehme mal an, der sieht mich hier oben, sieht der mich mal nicht. Und hier habe ich natürlich einen deutlich besseren Überblick. So, speichert, da liegt auch der gute Kerl. Den sie da den Arm abgeschossen haben, weil er Ratten gefüttert hat. Naja. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Da sind zwei. Vielleicht kann ich auf den Vorsprung und die dann beide betäuben. Hm. Oder ich gehe da drauf, warte, bis er wieder da steht und dann würge ich ihn ein bisschen von hinten. Das könnte natürlich auch funktionieren. Einmal hier hin. Alter, ist die jetzt schnell. Hm. Nicht so laut, bloß nicht so laut. Gut. Der läuft schon mal da. Da, da, da. Habt ihr gesehen, wie schnell wir den jetzt gewürgt haben? Mega, mega krass, oder? Und wie schnell wir jetzt mit einer Leiche auf dem Rücken sind, am bewusstlosen. Seht ihr das? Ist ja wohl der Hammer, oder? Wie ist das, wenn ich laufe hier? Geht richtig ab. Das ist echt der Hammer, dieses Knochen-A-De-Fakt. Da, da, da. Wir sind so unglaublich schnell. Nein, nicht, dass der da trinkt. Ich mag ihn persönlich zwar nicht so gerne, aber... Bleib mal lieber da liegen. Ist besser für dich. Jetzt müssen wir uns nur noch um die gute Frau da kümmern. Hm. Machen wir auch wieder von da. Hier hoch. So. Da, da, da. Die ahnt noch gar nichts von dem Glück, dass ich sie jetzt bespringen werde. Ich bin in der Brumpfzeit. Oh. Zack. Wir haben auch irgendwie einen Knochen-A-De-Faktor eben von dem anderen gekriegt. Voltaik-Schuss oder so. Mal sehen, was ist das? Ne, äh... Sorry, nicht Voltaik-Schuss. Wir bewind. Ähm... Wo haben wir es denn da? Schwertangriff verfolgen etwas schneller. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Noch einmal schnell gespeichert. Eine dreistellige Kombination. Damit wir dort weiterkommen. Okay. Ja, der, äh... Hallo. Wir wollen Händchen halten. Na, 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 na. Holzstöckchen. Gut. Ähm... Können wir mal dort rein. Da-da-da. Scheint nicht viel los zu sein hier. Nichtsdestotrotz benutze ich natürlich nochmal diese Sicht. Aha. Eine Kurbel, die wir benutzen können. Ein Knochen-Artefakt. Noch ein Knochen-Artefakt. Ein paar Ratten, mit denen wir vielleicht sprechen können. Da ist auch wieder irgendwas. Okay. Ähm... Als erstes können wir mal gucken, was macht denn diese Kurbel? Ähm... Inwiefern ist das von Vorteil für uns? Ach, dann kann man da das Holz wahrscheinlich wegschlagen, irgendwie, ne? Okay. Oh, aber wir gucken uns erstmal um, bevor wir hier irgendwie groß rumklettern. Stromschuss. Die sind immer gut. Voltaikschüsse. Hm. Wir scheinen hier auch wirklich nichts mehr an Beute zu finden, oder? Also... Weiches Fleisch zum Beißen. Dann kalter Stein. Hart. Schmeckt schlecht. Bricht Zähne. Haben kein Blut mehr. Sind jetzt für immer. Ähm... Okay, das gab einen neuen Missionshinweis. Zu Steinen geworden. Die Ratten beim Schinderey Steinbruch... Schinderey? Steinbruch Nord. Haben bemerkt, dass sich einige Kultisten aus Fleisch und Blut in unheimliche Steinwesen verwandelt haben. Okay. Ich hab ja schon bei Steam gesehen, es gibt irgendwie den Erfolg, äh... ...ein Stein in den Kultisten gekillt zu haben. Möglicherweise sind die das ja dann. Machen wir hier noch was? Ne. Aber wir hören, hinter der Wand ist ein Knochen-Artefakt. Mal sehen, wie wir da rankommen. Möglicherweise brauchen wir hier diese... ...Schiene. Was auch immer das genau ist. Aber mal sehen. Wir gehen erstmal die Treppe hoch. Ah, okay. Dahinter. Hinter dieser Tür, da kommen wir jetzt so nicht rein. Da brauchen wir wirklich diesen Fahrstuhl für. Oder diese Bühne. Mhm. Hier ist nichts. Da. Okay, da kommen wir oben drauf. So. Hier die Sicht wieder. Damit ich direkt erkenne, ob es hier was zu holen gibt, ohne lange suchen zu müssen. Verfaulte Apfel. Voltaikschuss. Wieder eine... ...Zeitung. Eine ziemlich alte wahrscheinlich. Mhm. Okay. Außer der Zeitung eigentlich nichts Interessantes. Weiter ein Problem im Schindry Steinbruch Nord. Besorgniserregende Berichte haben den Abbau im Schindry Steinbruch Nord erneut unterbrochen, da sich viele Arbeitskräfte vor Ort über beunruhigende visuelle und akustische Halluzinationen beschwerten. Diese reichten von scheinbar harmlosen Vorkommnissen von deplatzierter Ausrüstung bis hin zu großen Teilen der Mine, die innerhalb von Stunden verschwunden und wieder aufgetaucht waren. Aufgrund der weiten Verbreitung dieser kollektiven Halluzinationen konnte die Schindry Bergwerksgesellschaft ihr Auftreten nicht dementieren. Den haben wir gleich schon gelesen, oder? Ja. Den haben wir schon gelesen. Das heißt, hier ist nichts weiter für uns. Waren fressen ja nicht wirklich dieses faulige Obst. Also ich meine... Naja. Noch eine leere Flasche. Noch mehr faules Obst. Lecker. Hier sind bestimmt viele Ballaststoffe drin. Da kannst du furzen wie ein Kaiser von. So. Hier gab es ja nichts weiter. Das Knochen-Artefakt hören wir, aber das ist ja unter uns. Hier kommen wir auch nicht lang. Nö. Okay. Dann kümmern wir uns ja mal darum, das Knochen-Artefakt zu bekommen. Da-da-da. Vielleicht kann man dafür ja das hier mal gebrauchen. Ja. So. Sehr schön. Kann ich mich da nicht auch drüber vor-teleportieren direkt? Nein? Gut. Auch gedreht. So. Das hätten wir geschafft. So. Wo ist es? Da ist es. Ein schwarzes Knochen-Artefakt. Schlagverzögerung. Mhm. Gibt es hier vielleicht noch was? Oh. Du bist gestern aus der Bibliothek gekommen. Du hast das Auge befragt. Wie hast du dich dabei gefühlt? Ja. Ich habe hineingeblickt und mich selbst erkannt. Dieselbe Sehnsucht. Unter seinem Blick sank ich in die Tiefen dieser Wasser. Ich wandelte auf dem Pfad der Steinen und erblickte das aufgewühlte Nichts. Ah. Noch immer spüre ich das Auge im Meer. Ja, ja. Der Tod sieht alles. Der tote Gott sieht all unsere Sehnsüchte. Auch wir werden die Wahrheit sehen. Irgendwann. Sehr erleuchtend. Das Einzige, was ich hier gerade sehe vor mir, ist mein Zimtschneckentee. Lecker, lecker. Ähm. Ja. Und was die mit ihrem Gebrabbel da genau meinen, weiß ich nicht. Aber wir haben einen Hinweis bekommen. Finde die Ritualkammer und suche das Auge. Finde heraus, wo das Auge des toten Gottes aufbewahrt wird, um Zugang zum Nichts zu erhalten. Mhm. Springmine. Oh, was gibt es hier noch mehr? Das spart einfach so viel Zeit, diese Sicht zu benutzen. Gesundheitselixier, das wir nicht brauchen. Weil wir toll sind und nicht erwischt werden. Stromschuss, da gucke ich mal, ob ich die mitnehmen kann. Die Zeitung da oben hatten wir schon. Und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Gut. Wo waren die Stromschüsse? Äh. Ach da, okay. Aber können wir eh nicht mitnehmen. Dahinter waren wir im Prinzip schon. Gut. Also einmal hätten wir jetzt quasi diesen Weg anscheinend, um das Tor mit der dreistelligen Kombination zu umgehen. Aber wir haben noch gesehen, dass wir da oben lang kommen. Und natürlich möchte ich alles mitnehmen. Und deswegen werden wir da oben lang gehen. Vielleicht kriegen wir da ja auch die Kombination gesagt. Oder lesen sie irgendwie. Von dort sind wir nämlich hier oben. Und in dem Bereich waren wir ja noch nicht. Deswegen mag ich solche Spiele halt so unglaublich gerne. Man wird einfach dafür belohnt, sich umzugucken und zu erkunden. Ich hätte jetzt natürlich einfach durch das Fenster da hinten latschen können. Und dazu kommt natürlich, dass man in diesem Spiel noch immer mehrere Möglichkeiten hat, weiterzukommen. Ah, ich hätte durch dieses Fenster laufen können, um weiterzukommen. Oder, wie ich es jetzt gemacht habe, hier erkunden, um dann in einen unbekannten Bereich vorzudringen, in dem wir halt möglicherweise dann die Kombination oder noch andere Informationen erhalten. Aber ich muss das anscheinend von da drinnen machen. Also wieder zurück. So. Hier und da. Genau. Von dort. Jetzt sind wir hier im Schacht und kommen über diesen Schacht in diesen Bereich, in dem wir noch nicht waren. Und deswegen finde ich halt auch Spiele wie, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt und werde es möglicherweise in meinen Let's Plays auch noch einige Mal erwähnen. Thief, The Dark Project oder Dark Project 2, The Metal Age. Wer diese alten beiden Spiele noch nicht gespielt hat, ich glaube von 1997, 1998 oder 1998, sollte das unbedingt wiederholen. Das sind unglaublich gute Spiele, in denen man auch immer mehrere Möglichkeiten hat, seine Ziele zu erreichen. Es gibt Wendungen in den Missionen. Einfach toll. Habe ich ja auch schon, wer Lust hat, von Dark Project 1 in Let's Play angefangen. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzugucken, wer diese Art von Spielen liebt. So, aber jetzt wieder zu Dishonored zurück. Hier sehe ich jetzt nur die Nachricht des Vorgesetzten. Und ansonsten nichts. Nein, ansonsten sehe ich hier auch wirklich nichts. Nö, okay, dann lesen wir die mal. Nachricht des Vorgesetzten. Adrastos. Die Kombination für die Vordertür lautet 007. Ich kann hier keine Minute länger bleiben. Eine Weile waren es nur kleine Lichtblitze, wie Risse in der Fensterscheibe. Aber jetzt? Ich höre Stimmen. Und es ist nicht nur ein bisschen geflüster. Ganze Gespräche, als ob sie direkt neben mir stattfinden. Manchmal sehe ich aus dem Augenwinkel seltsame Leute, aber dann sind sie wieder fort. Als ob alles von mir erzittert, sich verändert und dann plötzlich wieder normal wird. Als sei nichts geschehen. Dieser Ort ist verflucht. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ich warte nicht, bis es schlimmer wird. Ich gehe zurück nach Kanaka. Connor. Neue Missionshinweise jetzt auch noch direkt. Das Eingangstor des Steinbruchs im Shindray-Bergwerk kann mit der Kombination 007 geöffnet werden. Sehr schön. Oh, was war da noch? Auffahrungsort des Auges. Das Auge des Totengottes befindet sich in der Nähe der Bibliothek. Die Kotisten scheinen einen Weg gefunden zu haben, damit ins Nichts zu blicken. Okay, gut. Mehrere Hinweise gefunden. Sehr interessant. Von da? Was ist denn? Ups. Falsche Tasse. Was ist dann dort? Ah, ja. Okay. Dort stürze ich einfach in den Tod. Das möchte ich nicht. Wieder hier lang. Und jetzt ist die Frage, welcher Weg ist möglicherweise der sichere für uns? Über das Tor mit der Kombination 007? Oder durch das Fenster? Ich mache hier auf jeden Fall auch mal auf. Und speichere schon mal unter einem festen Speicherpunkt zwischendurch einfach mal. Und dann geben wir doch mal ein 007. Darauf einen Schluck Zimtschnecken-Tee. Ah, lecker. So. Wieder unsere kleine Cheater-Sicht. Den werde ich markieren. Die werde ich markieren. Da war aber noch irgendwo jemand, oder? D. Und da ist noch einer. Vier Typen. Mindestens vier. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Der eine ist da irgendwo am Arbeiten. Ei, 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 ei. Das ist jetzt aber... ...schon einiges, muss ich sagen. Und die kann uns doch von da auch sehen. Einfach mal so mit den... Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, demutiger die Welt. Das Wirken und Bewegen geht ja zum Glück sehr schnell. Mal lesen. Die Wahrheit wartet. Heute Nacht kommunizieren wir mit dem Auge. Wenn du deine Studien für den Abend beendet hast, dann verlasse die Bibliothek und komm zu uns in die Kammer. Das Relikt wird in uns hineinblicken und wir müssen bei seiner Suche helfen. Das Nichts liegt im Innern. Wir müssen es an die Oberfläche bringen, um seine Wahrheit zu erkennen. Bringe drei scharfe Messer mit. So. Ich glaube, das hat keiner bemerkt. Zumindest nicht, dass ich ihn mitgenommen habe. Möglicherweise bemerken ich es aber noch, dass er weg ist. Gibt es hier irgendwo ein sicheres Löchlein, das ich ihn schmeißen kann? Nein. Dann bleib erstmal dort. Speicher das. Und... Jetzt haben wir erstmal nur noch mit... reinzutun. Ich glaube, am sichersten wäre es auch, wenn wir jetzt zuerst die dann auf dem Dach noch wegnehmen. Weil die scheint da eine ganz gute Übersicht zu haben. Eine Person nein. Drei Personen vom Gewicht her ja. Okay. Also könnte ich dann einfach mit Körpern drauf was bewegen oder was? Den Hebel kann ich nicht benutzen. Das ist verschlossen. Ups. Ähm... Will ich nur mal gucken. Da war ja eine Weight-Anzeige. Ja, die geht wirklich hoch, ne? Ja. Und wenn ich springe, bewegt sich das Ding auch. Okay. Wir müssen also quasi so ein paar Kollegen hier drauflegen. Bleib erstmal da. Was ist denn das? Wieder eine Zeitung. Die lese ich aber erst, wenn ich die Gefahr hier ein bisschen eingedämmt habe. da, 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 da. Gute Frau. Beweg dich da mal wieder weg. Genauso ist richtig. Oh. Schon wieder die Nahheit. Äh, die Wahrheit. Genau, die Nahheit martet. Die Wahrheit wartet. Die ist auch weg. Das ist sehr schön. Vielleicht soll ich die nicht zu weit weglegen, weil wir ja mehrere Gewichte brauchen. Aber hey. Erstmal eine Ecke. Das heißt, die haben wir ausgeschaltet. Dann am besten jetzt die. Ich hoffe, er sieht da nicht hin. Ich hoffe, er sieht die nicht. Oh. Du verdienst die Berührung des Outsiders nicht, du Miststück. Bitte? Du bist tot. Da. Du bist tot. Du bist tot. Ja. So. Naja, das, äh... Irgendwie habe ich gedacht, dass ich mit dem Sprung weiterkomme. Also ich habe mir das epischer gedacht. Ich habe halt irgendwie gedacht, ich springe ihr auf den Kopf, schlage ihren Schädel auf die Steinplatte und schalte ihn damit im Stromschuss aus. Aber das ist wieder Theorie und Praxis. Ich bin einfach wie eine fette Ente vom Himmel gefallen. Es hat sich wohl an, so lange in der Energie des Nichts zu baden. Das fühlt sich sehr gut an. Ups. Die haben wir jetzt. Schnell weg. Hier drauf. Den kann ich jetzt auch schon mal da drauflegen. Ja, hoch die Hände, Wochenende. Die sehen doch alle mega entspannt aus. So, und den können wir uns jetzt auch noch holen. Guten Tag. Ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen. Mann, 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 sind wir schnell. Okay, das scheint vom Gewicht her in Ordnung zu sein. Ja, sehr schön. Dann werden wir jetzt erstmal diese Zeitung hier lesen. Aha, hier unten. Was haben wir denn hier, meine kleinen Rattenfreunde? Ach ja, das haben wir schon wieder hundertmal gehört. Alle hatten Angst, bla bla bla, shit your pants. Gut, dann lese ich nochmal die Zeitung. Silberrausch. Ja, die haben wir auch schon gelesen. Dann haben wir das hier. Hier, hier ist keiner mehr in der Nähe. Das ist natürlich ganz schön. Die haben wir alle ausgeschaltet. Man hätte hier jetzt natürlich auch dann das Holz wahrscheinlich fallen lassen können, richtig? Ja. Ich weiß noch nicht, was das gebracht hätte, weil da stand gar keiner, aber hey, egal. So, das heißt, hier unten haben wir auch freies Gebiet. Da kann ich aber den Schiss ein bisschen rumspielen. Die benutze ich sonst ja eh nicht. Gut. Oh, kommen wir hier auch noch irgendwo hin? Cool. Wohin führt uns dieses Loch? Ah, doch, da geht es auch noch lang. Wow. Also wir können den Fahrstuhl hoch. Wir können den neuen alles mitbringen. Bilder, Erdstücke, Briefe. Wie viel haben wir schon vernichtet? Wir müssen hier unser altes Leben zurücklassen. Das Nichts verlangt es. Manche sind nicht bereit, loszulassen. Ich erinnere mich noch an einen Adligen aus Dunwall, der sich uns anschließen durfte. Der Trüttel wollte tatsächlich seinen Hund behalten. Hier ist schon genug ungeziefer. Was wurde das? Er musste seinen Hund töten. Messer ins Auge. Dann töteten wir ihn. Warum? Weil er weinte. Ah ja. Gut. Sektenspinner, Fanatiker und so. Was bitte? Nein! Wieso gucken die nach unten? Das machen die doch sonst nie. Ja, ja, warte mal. Was haben wir? Ich habe Haftgranate, richtig? Ja, hier. Tschüss. Aua, Aua, hat er gesagt. Ich meine, die gucken doch sonst nie nach unten, oder? Sind alle Kultisten weg? Alle Kultisten weg? Alles mal ernsthaft, die gucken doch sonst nicht nach unten. Genauso wenig wie nach oben. Genauso wenig wie nach oben. Was ist mit der nicht richtig? Ich meine, die ist jetzt hier hart am Chillen. Ach, und dann käme ich hier hoch, ja? Ach, nee, das ist nur ein Nebenraum. Hm. Ob das so gedacht ist, dass die hier hoch gucken? Wo genau bin ich denn jetzt überhaupt? Aber naja, ähm, das werde ich halt nochmal laden. Weil hier sind offensichtlich ein paar Leute zu Schaden gekommen. Ich weiß gar nicht wie. Ähm, ja, das werde ich halt nochmal laden. Und dann werde ich mal schauen, was, ja, die anderen Wege denn für uns bereithalten. Also dieser Fahrstuhl zum Beispiel. Whee! Und dann hoffe ich, sehen wir uns alle gesund und munter in der nächsten Folge von Dishonored Death of the Outsider wieder, wenn wir den Steinbruch weiterkunden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.